Das Wetter. Das Wetter in dieser Gegend ist sehr speziell. Im Forum haben die ein ganz schönes Geheimnis gemacht um den Cache, hm? Brauchst du Hilfe? Das ist verboten. Wir dürfen da nicht durchfahren. Wenn es verboten wäre, dann wäre das Tor doch richtig abgeschlossen, oder? Da wird schon nichts passieren. Was ist das hier, Daniel? Was ist das hier, Daniel? Was ist das, Daniel? Was ist das, Daniel? Was ist das, Daniel?